das ist sehr geil kann man sogar zu zweit auf einem fahrrad fahren jetzt kommt flankiermanöver mit dem rad fahrrad flankieren taktische militärmanöver deutschland in belgien damit könnt ihr toni rock oder wieder heißt geschlagen jetzt kann ich einen hinterhalt campen campen ich erobere jetzt mal den punkt dort gibt punkte haben bestimmt glaube ich aber voll langsam was ist denn das für ein camper ach du meine fresse der kämpfer bei der basis ich hasse kämpfer man noch ein fahrrad für mich übrig guck mal ist das geil und dann sogar in der ich da kommt ein richtiger geschwindigkeitsrausch guck mal diese camper schon wieder mich kriegst du nicht ja nur ein fährt mit dem auto man wird man ist unsichtbar die ersten sekunden das ist so Vielen Dank.